Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ja, hier seht ihr auch schon das Haus und zwar wir spielen, bzw. wir machen, wir versuchen es, die 100 Baby Challenge. Ja, die Regeln in ETC werden gleich kommen, ich zeige euch mal ganz schnell das Haus. Und ja, unsere liebe gute Sim-Dame kennt ja die Kimstar. Und ja, die wird sich versuchen, so viele Männer wie möglich zu angeln. Ob sie das schafft, ist eine andere Frage. Aber, okay. Okay, so Leute, also das ist diese Terrasse, ne, die ist so rund. Und da stehen halt hier, ist halt hier so ein Grill, falls man eine Grillparty machen will, aber sie wird eh keine Freunde haben. Sie kann ja dann ihre ganzen Ex-Männer einladen oder so, das wäre, das ist ja auch eine Idee. Dann haben wir hier drüben noch einen Pool dann für die Kinder oder für sie, ist mir ja egal. Wer auch immer da drin schwimmt, dann kann man hier essen, extra zu 8, weil es gibt ja bloß 8 in einem Haushalt. Dazu werde ich auch gleich noch kommen. Hier ist eine Werkbank, wo sie dran arbeiten kann, das habe ich mit Absicht hingestellt. Auch draußen hingestellt, weil Werkbank macht Dreck und so draußen. Dann kann sie hier Sachen pflanzen, denn sie darf nicht arbeiten gehen. Das aber werdet ihr gleich erfahren. Genauso wie hier der Boden falsch ist. Aber Leute, ja gut, es ist egal. So, ja, das ist hier dieser Eingangsbereich. Da kann man so rein, kann man sich hinsetzen, Schuhe ausziehen oder so. Und kann auch direkt hochlaufen, dann kann man weitergehen. Kommt dann hier in den großen Barbereich, hier, ne, mit diesen riesen Dingern. Dann hier hinten ist das Wohnzimmer. Hier ist die kleine Küche. Aber ich finde sie reich, denke ich mal. Also die ist nicht so groß. Dann ist hier das Esszimmer. Und da hinten kommt man dann zur Bar ran, wenn man denn will. So, oben dreht sich es eigentlich mehr so um wirklich die ganzen Kinder und so. Also hier wird unsere Kim sehr viel Akte ausüben, ich nenne es mal so. Dann haben wir hier noch ein Bad. Das Bad unten habe ich gar nicht gezeigt. Hier haben wir auch noch ein Bad. Das ist das größte Bad. Dann haben wir hier oben dieses kleine Bad. Und das war es dann. Wir haben zwei Bäder für insgesamt. Ach, egal. Im Moment sind wir noch alleine. Das ist noch okay. Dann haben schon mal hier Kinder ihre Spielsachen liegen gelassen. Aber die Kinder sind ja alle schon weg. Denn das Haus hat sie von ihrer Mama geerbt. Und ja, hier ist das Kinderzimmer. Beziehungsweise die Schlaf. Das Schlafzimmer von allen Kindern. Hier schlafen die Jungs, da die Mädchen. Wenn es mehr Mädchen gibt, müssen sie ja darstellen. Blablabla. Wie ihr das halt kennt. So, und der beste Schüler. Beziehungsweise der Teenager oder was auch immer. Darf dann hier schlafen. Auf diesem Einzelbett. Denn das Bett ist erstens besser. Und zweitens. Er hat Ruhe vor den anderen. Oder sie vor den anderen schnarchenden Kindern. Oder so. So, Leute. Ich lasse es mal laufen. Wir können ja Kim dabei beobachten. Und ich erzähle euch mal die Regeln. Also, wenn ihr auch die Baby-Challenge nachmachen wollt. Dann, ja. Müsst ihr folgendes machen. Ihr müsst natürlich ein neues Spiel starten. Ne? Das ist ja irgendwie dezent klar. Ihr müsst einen weiblichen Sim erstellen. Wie ich das hier gemacht habe. Und dieses Sim muss im jungen Erwachsenenalter sein. So. Dieser Sim muss jetzt auf ein Grundstück einziehen. Ich habe jetzt einfach mal mir was selber gebaut. Und, ja. Genau. Du musst dir auf jeden Fall passende Väter suchen. Und, ja. Die Kim. Also, in meinem Fall ist es ja dann die Kim, die schwanger werden muss. Von diesen Männern. Sie darf die Männer nicht heiraten. Also, die Väter. Und, ja. Ne? Dass sie darf nicht heiraten. Und allein das schon. Also, sie heißt es. Sie muss immer mit jemand anderem ein Kind bekommen. Und, ja. Das heißt auch, dass die Väter unterschiedlich sein müssen. So, die Regeln. Habe ich ja gerade schon gesagt. Die Väter müssen unterschiedlich sein. Es werden keine Cheats benutzt. Ab jetzt werden keine Cheats bei mir benutzt. Weil das Haus ist ja. Sieht man ja, ne? Aber ich wollte nicht so eine kleine mickrige Hütte bauen. Mit 20.000 kommst du nicht weit. Außer Reset Sim. Das darf man benutzen. Man darf die Fruchtbarkeitsbelohnung verwenden, um Zwillinge oder Drillinge zu gebären. Man darf keine Babysitter anrufen, außer die Mutter ist im Krankenhaus. Oder sonstiges. Ja. Es muss immer jemand da sein zum Aufpassen. Aber das ganze Leben dreht sich also um die Kinder. Von Kim dreht sich das ganze Leben um die Kinder. Ja, sie deshalb darf sie auch nicht arbeiten. Das heißt, sie muss zu Hause arbeiten. Deshalb auch die Werkbank und eine Staffelei in ihrem Zimmer. Und sie kann ja auch am Computer hacken. Das Leben muss auf episch gestellt werden. Geburtstagskuchen dürfen zur Alterung benutzt werden. Die Kinder dürfen ausziehen, wenn sie alt genug sind. Jugendlichen ist es nicht erlaubt, einen Teilzeitjob anzunehmen. Und ja. Die Kinder dürfen erst altern. Wenn sie die beste Note haben in der Schule. Das sei auch noch gesagt. So, gucken wir mal, ob wir die Alterung anhaben. Spieloptionen. Gameplay. Wo ist das hier? Lebensdauer lang. Automatisches altern. Ja. Und ungespielte Sims altern auch. Anwendung anwenden. Anwendung. Änderung anwenden. So, Leute. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ich würde mal sagen, wir suchen uns schon unser erstes Opfer. Und. Ja. Oh. Gott. Äh, hey. Will irgendjemand hier? Guck mal. Guck mal hier. Guck mal. Jay Huntington. Komm. Den nehmen wir uns doch gleich mal. Und das wird, denke ich mal, auch der erste Vater. Ich könnte mir das gut vorstellen. Dürfen wir eigentlich auch mit Frauen Kinder kriegen? Das geht zwar nicht, aber dürfen wir das? Hi. Danke fürs Winken. Jay Huntington. Okay, ich glaube, das wird unser erstes Opfer. Es wird wirklich unser erstes Opfer. Okay, da kommt sie angeschlendert. Und gleich schnappt sie zu von hinten. Puh. Oh, Leute. Puh. Hey. Hör auf mit der zu reden, ne? Hör auf. Hallo. Nee. Ja. Ist die doch. Ja. Guck lieber uns an. Richtig. Das ist auch noch so ein Mann. Hier sind überall Männer. Aber den nehmen wir uns erstmal. So, erstmal kennenlernen, ne? Wir machen erstmal so ein bisschen, ne? Wie? Immer erstmal so ein bisschen, ja, hey, wie geht's dir so? Interessiert mich zwar nicht, wie es dir geht, denn... Mit welcher Familie wirst du denn angeben? Ach, Mensch. Äh, fragen, ob er Single ist. Da kannst du bitte... Er ist aktiv. Ja, gut. Das ist natürlich gut für Kinder kriegen, ne? Ähm. Okay, sie kann erstmal twittern. Okay, danke, dass du gegangen bist, Katharina Caliente. Obwohl ich dich mag, ne? Du bist echt ein schönes Zimmer. Sie ist ja bereits gegangen. Sie ist ja wirklich gegangen. Ist er Single? Er ist Single, Leute. Wir krallen uns. Jay Huntington, der Zweite. Oder den Zweiten. Wie auch immer es mega. So. Flirten wir erstmal ein bisschen. Und versuchen wir ihn heute schon direkt mal ins Bett zu bekommen, Leute. Oh yeah. Und es wird bald ein Video kommen. Übrigens, morgen kommt kein Video. Auch kein normales Let's Play. Morgen hab ich mal frei. Oh, er... Oh, er... Hey, ja, ja, du kannst... Ja, wir legen uns gleich auf dich drauf, Mensch. Oh, er ist ja richtig schlimm. Anmachspruch. Ja, ja, wenn die Frau versucht zu flirten, sag ich da nur, ne? Was hast du gebracht? Oh, er, ja. Er ist auf jeden Fall... Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, er ist auf jeden Fall schon mal Coquette. Das find ich gut. Dann flirten wir weiter. Posieren aufreizend. Ähm... Ja, wir machen erstmal noch so ein bisschen... Einen Kuss hauchen. Oh yeah. Also bei den beiden, ich glaube, die beiden könnten schon... Doch, doch. Das wird auf jeden Fall unser erster Vater. Aber dann schießen wir ihn einfach in den Wind so... Geh weg. Oh. Oh. Leute, guckt euch das an. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Weil sie betrügt ihn ja eh nur. Aber... Ach, Leute. Was ist heutzutage schon... Ja. Oh, oh, oh. Er wird auf jeden Fall... Was ist das denn da? Die Marina Paolo. Ja, so siehst du auch aus. Wie so eine Marina Paulos. Ähm... Können wir jetzt schon mit ihm ein Kind bekommen? Nee, ne? Um Verabredung bitten. Aber können wir auch zu Hause eine Verabredung machen? Ich weiß nicht, ob das mit... Äh, bitten abzuhängen. Ja, gut. Bitten abzuhängen ist auf jeden Fall viel zu freundschaftlich. Deshalb, ne? Ersten Kuss erleben. Oh, oh, oh. Oh, oh, nee. Die Elitza. Elitza Pancake. Alter, deine Hose, ne? Oh, jetzt macht sie ein auf Bachelor. Oh, yeah. Die Bachelorette ist unterwegs, Leute. So, knuddeln wir uns nochmal. Äh, flirten. Ähm, 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 ähm. Flirten. Nochmal flirten. Wir flirten einfach die ganze Zeit, bis es hier oben ein bisschen voller ist. Aber, Leute, wir werden auf jeden Fall... Wir kommen gut ran. Würde ich sagen. Verführerisch flüstern. Mmh. Ein Kuss hauchen hoch. Und den ersten Kuss erleben. Oh, 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 Leute. Hat sie jetzt gerade Swag gesagt? So. Oh. Ah. Oha. Oha, Leute. Ja, gut. Jetzt haben sie ihren ersten Kuss bekommen. Jetzt ist sie noch sehr kokett. Leidenschaftlich küssen, Leute. Unser erstes Opfer ist gefunden. Das heißt, wir werden auch schon direkt in der ersten Folge schwanger. Oder sollen wir jetzt erstmal... Ne, wir lassen es nicht langsam angehen. Sie geht richtig ran. Oh, Leute. Was ist das denn? Oh, yeah, Leute. Jetzt geht's... Jetzt... Oh. Sie, wie sie die ganze Zeit hin und her switcht. Huch. Kurzer Frame-Einbruch. Äh, äh, äh. Blättenfreund zu sein. Nö. Aber, äh, ist schon cool, ne? Ja, eigentlich. Okay, es geht. Ein Baby machen, Leute. Wollen wir es... Ach. Komm. Die Folge geht gerade mal vielleicht so... Der halbe Part. Und... Ja, komm. Darum geht's in der 100-Baby-Challenge. Wir müssen 100 Kinder bekommen. Ich werde natürlich immer am Anfang einblenden, denn das wird wirklich ein sehr langes Let's Play, denke ich mal. Was, 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 was? Nein! Nein, 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 nein! Du gehst nicht! Nein! Bittenfreund zu sein. Komm. Und dann, wir betrügen ihn so voll... So voll bitchig. Wir sind so richtig gern die Bitch. Hallo, sie rennt dir doch hinterher. Nein. Bitte, Jay Huntington. Ja, genau. Stell dich vor ihn. Stell dich vor ihn und zieh dich aus. Hä? Was machst du? Seid ihr doof? Seid ihr doof? Seid ihr doof? Hä? Bist du behindert? Was hast du hier für Probleme? Da ist er doch. Da. Dort und nirgendwo anders. Ah, jetzt kommt sie endlich wieder zu ihm. Oh Gott. Leute, unser erstes Opfer ist gefunden. Oh yeah. Oh, lustig. Sehe ich genauso. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Äh, wo ist Baby machen? Ich möchte wieder Baby... Ich möchte ein Baby machen. Können wir... Ah, ja, hier, die komische Katharina. Ne. Wer bist du? Nina. Kaliente. Auch noch so eine Kaliente. Okay. Oh Gott, da kommt der Bob Pancake. Mit dir will ich kein Kind, Bob. Äh, aber vielleicht müssen wir ja irgendwann eh... Bitten, Freund zu sein. Das wollten wir ja machen, aber das ist ja vor uns weggerannt. Deshalb, ne? So schnell kann das gehen. Oh, jetzt freuen sie sich. Sie haben es geschafft. Okay. Ja, sie sind zusammen. Ist, äh, soeben der Freund von Kim geworden. Ja gut, aber nicht mehr lang. Heiratsantrag machen. Wir dürfen dich nicht heiraten, ne? Das weißt du. Ich hoffe, das mit der Beziehung ist okay, weil es ist ja nicht heiraten, ne? Ähm, wir machen ihn ja bloß so zu unserem Freund und dann schießen wir ihn einfach wieder weg. Und dann kommt der Nächste. So. Wie halt. Ach, egal. Ich sag jetzt nichts. Ich will nichts dazu sagen. Äh, Verführung. Können wir dir auch ein Kind machen, Grandpa? Wange küssen. Mmh. Ähm, flirten. Äh, äh, äh. Muss ich jetzt Baby machen? Das ist ja gar nicht mehr da. Ewige. Nein, nicht die ewige Liebe erklären. Nö, nö, nö. So dumm sind wir nicht. Das machen wir nicht. Können wir jetzt in unser Haus gehen und da ein Baby machen? Wie? Nee. Er ist sprunghaft. Ja, wir auch. So in der Art. So in der Art sind wir eigentlich auch sprunghaft, ne? Bitten abzuhängen. Okay, da kommen ganz viele Männer. Wir haben auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Oh, oh, oh. Guck mal. Die Leistung ist schon so voll. Guck mal, wie wir das gereckt haben. Ähm, den recken wir easy. Okay, ich kann einen Moment bleiben. Hm, hm. Komm mit. Kann er mit, kann er mitkommen? Gemeint kann. Geht das hier irgendwie zusammen hier hingehen? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Geht zusammen in das Haus. Er rennt schon weg. Oh Gott. Genau, das finde ich gut. Sie sind schon schnell gelaufen. Denn wir wollen natürlich schon das erste Kind haben. Oh, geil. Was macht er jetzt? Hallo? Äh. Nee. Hallo. Spinnst du? Wir machen mit dem lieben Jay Huntington. So. Es ist soweit, Leute. Wir legen direkt richtig los. Und sie wird einfach schon in der ersten Folge geschwängert. Wir hoffen, ich beziehungsweise ich hoffe, dass es klappt. Und ich hoffe nicht, dass jetzt gleich meine ganze Küche in Brand setzt. Oh Gott. Aber immerhin, guck mal. Wir haben unser erster Vater. Oh, er läuft einfach schon durch sie durch. Es ist schon soweit. Hey. Müsst du Vater werden? Ja, ich will Vater werden. Yay. Woo. Party. Ach Gott, Leute. Ich finde das hier voll cool mit diesen Dingern. Ich bin schon stolz auf mich auf das Haus. Saß da echt lange dran. So. Ähm. Ich hatte übrigens jemand, also erstens nochmal, Leute hatten mich gefragt, äh, du kannst nur acht Sims haben in deinem Haushalt. Ganz kurz, stopp, bevor ihr weitermacht. Wie soll das gehen? Und, äh, jemand hat auch geschrieben, dass sie nur maximal 15 Kinder bekommen kann, was ich, äh, was ich überhaupt nicht glaube, denn Sims können so viele Kinder bekommen, bis sie sterben. Äh, vielleicht stirbt sie ja beim Kinderkriegen, man weiß es nicht. Ähm. Und man kann nur acht Sims in deinem Haushalt haben, das ist richtig. Deshalb muss man die Kinder erstmal erziehen, bis sie Erwachsene werden. Und wenn sie erwachsen geworden sind, kann man sie ausziehen lassen. Hm. Mhm, dann werden wir nämlich alle hier in der ganzen Stadt unsere Kinder, nee, doch nicht, die löschen wir einfach oder so, keine Ahnung. Aber, Leute, wir, 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 wir machen erstmal weiter, okay? Jetzt wird's spannend. Oh, Leute, wir legen direkt los. Oha, sie hat sogar ihre schöne... Oh, Leute, tafuck. Wir legen direkt richtig los. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das normal ist, aber bei ihr vielleicht schon. Diese Musik, ne? Tsch tsch... Tsch tsch... Tsch tsch... Tsch tsch... Tsch 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 tsch... Tsch tsch... Tsch 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 tsch... Tsch 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 tsch... Bamm. 101 Baby Challenge. Das erste wird vielleicht bald geboren. Oder so. Wah. Oha. Seid ihr fertig? Ja, ihr seid fertig. Okay, gut. Dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Bitte, meine Liebe. Ja, ja, nein, du pennst jetzt nicht. Du machst jetzt erstmal einen Schwangerschaftstest. Also dafür müssen wir irgendwann noch Geld haben, ne? Jay Huntington, du kannst wieder gehen. Außer wir sind noch nicht schwanger. Wenn wir noch nicht schwanger sind, dann bleibst du hier. Bleib hier, bitte. Okay. Leute, es wird spannend. Sind wir schwanger oder sind wir nicht schwanger? Oh, bitte, lass halt, bitte. Nein! Du hast das nicht geschafft. Du bist nicht zum Schluss gekommen, Mensch. Jay Huntington. Jay Huntington, es reicht. Bitte sei noch nicht gegangen. Oh, bitte, bitte friss noch unten was oder so. Oh, nee, okay, er steht hier nur. Jay Huntington ist einfach nicht zum Schluss gekommen, Leute. Oder er hat... Ach, egal. Ich will nichts sagen. Ich will dazu nichts sagen. Wieso geht ihr da zuerst in der Kische? Kische. In der Kische. In der Kische. So, jetzt versucht es bitte nochmal. Bitte versucht es nochmal. Ich will doch nur, dass sie schwanger wird. In der ersten Folge, bitte. Sie treibt zwar schon mit Jay Huntington, aber es wird nichts. Oh Gott. Vielleicht ist er ja impotent. Oh Gott. Jay Huntington, ne? Was ist das überhaupt für ein dummer Name? Jay Huntington. Warte, warte. Jay Huntington der Dritte. Oh, Jay Huntington. Jetzt haben wir 15 Euro im Dollar. Äh, Simoians. Verschwendet. Weil wir diesen scheiß Schwangerschaftstest gemacht haben. Pass auf, wenn wir bald irgendwann kein Geld mehr haben. Gosh, Leute. Was machen wir dann? Dann müssen wir Kinderbetten verkaufen. Denn unser Bett... Oder wir müssen unser Bett... Nee, nicht unser Bett. Dann verkaufen wir den Fernseher in der Stube. In der Wohnstube. Warte. So. Ob sie jetzt... Ob er... Beziehungsweise ob er jetzt reingekommen ist, das werden wir gleich erfahren. Oh, bitte. Nicht schlafen. Sehr kokett. So. Wir versuchen es nochmal. Ab auf die Toilette. Bitte sei diesmal schwanger. Ich fieber... Nee, nicht du. Hallo? Du... Nein, Jay. Du kannst nicht schwanger werden, okay? Okay, dankeschön. Ui, 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 ui. Übrigens, die Part werden so 15, 20 Minuten gehen, wie ihr es halt von mir kennt. Jay Huntington, du bleibst jetzt hier. Hallo? Du bist unser erstes Opfer. Du wirst jetzt gleich eingesperrt und getötet. Danach. Nicht Spaß. Yes! Ihr hoch? Nein, nein, nein. Oh Gott. Was ist... Musst dich schon kotzen? Musst dich schon kotzen? Was, was das? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Ach so. Oh, ihr erster Versuch hat ja nicht gefruchtet. Oh, oh, oh. Ja, okay. Unsere Liebe ist schon schwanger. Okay, danke, Jay Huntington. Du darfst jetzt dich verpissen. Dich wollen wir wahrscheinlich nie wiedersehen, denn wir haben ein Kind von dir und das finde ich schon mal super. So, liebe Freunde. Ich will jetzt noch nicht Schluss machen, sondern ich habe ihre Merkmale, wisst ihr, ja, wartet, hier. Familienbewusst... B-b-b-b-mhm, genau. Familienbewusst, kreativ, kunstliebhaberin und häuslich. Und als Merkmal, also als Wunsch hat sie große glückliche Familie. Und da habe ich ja schon leider das erste erfüllt, denn erwachsen werden, sie war erwachsen, also sie ist junge Erwachsene, und 1000 Dollar Simulien, also beziehungsweise Simulien für Kindersachen ausgeben, habe ich auch erfüllt. Und jetzt ist sie halt hier dran mit, mit zehnmal mit deinem Kind Kontakte knüpfen, Elternteil werden und insgesamt zwei Stunden dem Kind vorlesen. Das werden wir bestimmt schaffen. Mal gucken, wie viel diese, ähm, diese Fruchtbarkeit kostet. Ich will das nochmal wissen. Äh, wo ist denn das? Unter was ist denn das? Unter Merkmale? Nee, ne? Oder Zaubertränke? Nee, glaube ich nicht, oder? Nee, ich glaube, das ist unter Merkmale. Entweder über... Ah, nee, Frucht... Fruchtbar der Fug. 3000? So viel haben wir nicht. Okay, dann werden wir bestimmt nur ein Kind bekommen. Aber unsere Liebe ist schwanger, Leute. Sie ist schwanger, sie muss für zwei jetzt essen. Ähm, deshalb würde ich erstmal sagen, zieh dir was an. Äh, dein Alltagskleidung number one. Genau. Sieht man schon, dass sie einen Bauch hat? Nee, ne? Jetzt noch nicht. Dann würde ich mal sagen, sie muss erstmal malen, denn nur durch das Malen bekommen wir Geld. Aber wir werden eh gleich nach der... Also, ne? Wir werden jetzt eh gleich stoppen und dann sagen so, hey, Leute. Nein, jetzt ist es vorbei. Ist der Jay Huntington? Chillt er noch bei uns? Chillt er hier noch? Ja, der chillt einfach hier immer noch. Du kannst gehen, Jay Huntington. Huntington, Huntington, Huntington. Oh, ich bin schon... Ich freue mich schon riesig auf. Ach du Scheiße, was macht sie da? Das will ich noch sehen, was sie jetzt macht. Oh, jetzt ist es voll heiß. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zur 100 Baby Challenge, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Mich wird es übrigens... Was war das jetzt für ein süßer Ton? Ähm. Mich wird es übrigens riesig freuen. Oh, sie ist sehr... Ach, sie ist sehr glücklich. Das finde ich schön. Ähm. Mich wird es riesig freuen, wenn ihr diesem Part eine positive Bewertung da alles weiß. Es ist der erste Part von der 100 Baby Challenge. Und ja, freut ihr euch auch schon so auf die nächsten Folgen? Was wird das erste Kind wohl sein? Ein Mädchen, ein Junge? Wann wird es kommen? Wären es Zwillinge? Wären es vielleicht Drillinge ohne diesen Heiltrank? Da bin ich jetzt mal gespannt, ne? Oh, Leute. Solange... Also, wir könnten noch rausgehen und da... Was willst du? Also, solange wir noch keine Kinder haben, haben wir noch Freiraum. Aber wir sind ja jetzt... Alter, wie du aussiehst. Nee, okay, komm. Du kannst gehen. Ähm. Solange wir noch keine Kinder haben, können wir an die Natur gehen und diese Steine sammeln. Und dafür dann auch Geld bekommen. Oh, guck mal, Alter. Da fährt die Fähre lang. Oder dieser, ähm, Dampfer. Warte. Oh, voll schön. Stell dir mal vor, ihr habt hier euer Haus. Wie Jan. Stell dir mal vor, ihr habt hier euer Haus wie Jan. Jan Freeway, Alter. So, Alter. Das sieht doch richtig geil aus. Richtig schön, Alter. Stellt euch mal vor, man könnte da mitfahren. Wie geil wäre das denn? Däger, wer... Alter. Was hast du da gemalt? Was ist das? Hat sie jetzt fertig gemalt? Nee, okay. Jetzt, Alter, ist das süß. Süß. Guck mal, wir haben sogar sieben Simoleons Plus gemacht. Das heißt... Wir können das an den Sammler verkaufen. Yes, wir haben sieben Dollar Plus gemacht, Leute. So, Leute. Wir haben sieben... Ach, egal. Ja, doch. Wir haben sieben Dollar Plus gemacht. Guckt mal, extra habe ich hier so ein bisschen... So, da mal ein Manga-Poster oder hier so Fußball, Rugby, Leseratte, so ein Zauberer und ein paar Dinos und den Bären hier reingemacht, weil Kinder und so. So, Leute. Jetzt ist aber genug für diese Folge. Mir hat die Folge riesig Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, wenn euch die Folge auch gefallen hat und weil es der erste Part ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Denkt dran, morgen, also am Sonntag, kein Video. Egal auf Nikos Live oder auch wenn auf Nikos Live immer Sonntag ein Video kam. Äh, nee. Da kommt diesmal keins, diesmal ist wirklich Ausnahme, weil Schule und so muss noch ein bisschen was lernen am Sonntag. Deshalb, Leute. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind in der ersten Folge schwanger geworden von dem Jay Huntington. Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt. Beim zweiten Mal hat er dann getroffen. Vielleicht hat er beim ersten Mal irgendwie nur daneben gezählt. Naja, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal, Leute. Wir hören uns in einer neuen Folge. Die Sims 4 100 Baby Challenge. Bis dahin. Viel Spaß noch. Und, ja. Tschüss.